vor den schildern ja 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 gut dann sg 4 wo ist der jump and run wo ist der jump and run oh gott moment war nicht vorhin traktor charlie 01 dabei ja jetzt ist traktor charlie hier traktor charlie 01 bei mir hatte heißt er jetzt ohne 01 da kann ich nix wieder das passiert bei mir dauern dann musst du mal versuchen ob du wieder reinkommst naja gut zeitlich zu knapp ja ich werde mal cd ansprechen dass das teilweise noch nicht so gut funktionieren ja das funktioniert nur bei den youtuber noch nicht so gut hat er seid ihr wieder bereit hallo 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 ja es geht zwei so seid ihr alle wieder hier schreibst nicht ich will ich will das jump and run schaffen ich will auch das jump and run schaffen niemand schreiben schreien aber nicht dass es anfängt und sind nicht voll ja schreibt 30 sekunden vorher das reicht hat es doch so rausgefunden der bastard ja die kann das ja sehen echt ja also mit p info und dann spielernamen kann man sehen wo sich der spieler gerade befindet macht sein kreativ aus manuel ich sehe das ich bin serverteam ich komm gar nicht hoch ich bin owner ich lass mich wegrationalisieren deine stelle ist jetzt nicht mehr zu vergeben ey wie kommen wir hier rüber dann oder ins wasser runter alter was das für asoziale also sozialitäten hier und wer soll das denn in der zeit schaffen wer ist denn so behindert manu importe mich hoch bitte 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 nein 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 danke danke nein nein in 59 minuten kann ich da schon wieder achtung aufnahme starten läuft läuft hat er auch manuel ja blödoh ruft die schweine denn jetzt kommt eine weitere runde prox auf funwill.eu und noch mal eine weitere runde mit cubecon lp ak manuel ak rüppel 15 und alle alle noch mal ordentlich am abschaken bevor es jetzt hier los geht wer steht am nächsten zu mir ich dann machen andy jetzt team und also andy und ich und dann mach däumen mit rüppel ok rüppel rüppel komm andy wohin däumen hinterst du hier her ein bisschen töten wo bist du andy bist du behindert alter däumen führe mich hier 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 nimm 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 ja eskalier mal weg komm jetzt schnell was schon viel weiter weg sind die kürbis gang ich hab doch einen kürbis ich hab doch einen kürbis ich hab doch auch immer jetzt kann ich auch nur um das finde ich laufe genau nicht ich hab mich mit der fünftdruck gesetzt ja lass mal lieber die farm raken einmal kann man das? ja ehrlich jetzt? ja dann haben wir nämlich nahrung ohne ende das kann nicht sein oh gott nicht fisten geh weg geh weg oder wir fisten mit oh ich glaub man kann nicht auf die farm ihr wollt den Weihnachtsmann töten? wollt den Weihnachtsmann töten? nach oben nach der drübenkammer an kieren hä? oh die ist schon leer oh wie nett er ist was hat er gemacht? ey manuel ja bist du langsam? ich war noch woanders er hätte noch einen trinklichen einsatz es hat alles gegeben oder was? geh nicht auf heile manuel das ist mein ernst ich sterbe nein lass auf die farm gehen was? da war einer mit Eisenschwert guck oh cool ging das Das wäre zu unfair. Ach, das geht? Ich hab mich... Was ist mein Ernst? Ich herbe... Was? Es fällt zu... Ach, es geht... Aber ich hab jetzt schon mal was verloren. Was ist da denn los? Ne, die Runde war schoisch. Bis drauf springt hier, dann gehts. Das werde ich mit CAD gleich mal sagen. Alter, miese Lifehacks. Ja, immer hier die Hacker. Alter, ich hab's aufs Band. Ich wollt grad sagen, wir... Wir nutzen Bugs aus, Hanni. Und? Es gibt... Es gibt... Permabun. Es ist die schon, also... Es geht schon nicht. Wie witzig. Was... Was hast du denn? Warte, ich... Ich... Ich geh früher wieder essen. Warte, warte, warte. Kiwi Kilian. So was ist denn so witzig jetzt? Nee, du kannst das Weizen... Ich einfach mal 27 Weizen habe, Alter. Stick am Stamping. Okay, du weißt schon, dass dieser Exploit nach... Spätestens nach dieser Runde gefixt werden muss. Lass uns die Crafting Bench suchen. Manu hat doch erstmal knallharten Ticket geschrieben. Ja, natürlich. Wir haben so Kettenhelme. Wir haben einen Fahrversorger. Was ist das? Ey, wir haben einen Eisen. Hast du einen Stick? Äh, nein. Aber Manu... Kian, Kian, komm mal her. Kian, komm mal her. Mann, ist schon wieder alleine. Der Arme. Irgendwie sterben seine Kameraden immer weg. Ich bin auch schon lang gestorben. Da war einer mit einem Eisenschmerz. Du bist auch... Du bist tot? Ja, von dem gleichen Typ wie du, Dolm. LOL. Er ist erstmal losgeraged. Alter, wir sind die dicken... Dicken... Dicken Smoothers. Ey, da kommt einer mit einer Angel. Der angelt durch. Töten! Töten! Wo bist du? Hier. Äh, du weißt du natürlich... Ah, warte, okay. Ich bin gerade nur in einem Zweierteam. Das ist kein Viererteam. Nein. Es schlagen nur zwei auf ihn ein. Es guckt ja auch nur kein Moderator zu, also... Stirb, Alter. Der hat einen Wehrmacht-Skin, der muss sterben. Ich wollte gerade sagen. Den Wehrmacht-Skin? Ja, los. Ja. Wo? Das ist aber verboten. Nein, was ist denn daran verboten, Alter? Ja, solange keine... Das ist nur eine Soldatenuniform. Ja, ne. Das sehe ich nicht ein. Krass, dass es nur eine Soldatenuniform ist, würde ich einfach ein. Ja. Vielleicht ist er gleich der Wehrmacht. Weißt du, wie die polnische Armee aussah? Jürgen, du weißt, dass wir jetzt Adiwa töten müssen. Das hätte aber fette Hitler-Wahl, also... Ja, ganz... Ja, ne, 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 also ist schon nicht direkt das. Ich hätte ihn jetzt gebrannt. Adiwa hat uns bis eben geholfen. Ja, aber er muss weggehen. Geh. Kein Dreier-Team. Ich drückte ihn jetzt. Kein Dreier? Oh. Äh, nein! Toll! Alter, das ist ein Oldship! Wirklich? Gib mir das. Gib mir das. Wirst du einen Bogen, oder nicht? Ich habe aber keine Pfeile. Und jetzt, wo ist Adi... Dieser... Wer ist da vorne? Ne, Jens ist das. Ja, okay. Oh, der Jens. Goal, Eisenhose, Bitches. Bitches, Bitches, Bitches. Kian, wo musst du hin? Premium. Völlig aus der Hatte. Ja, von ganz... Kian, hinter dir. Die war schon anstrengend, ne? Ja. Hast du das CAD schon geschrieben? Mal hier hochgehen. Kian, töt ihn, töt ihn, töt ihn, töt ihn. Andi, Hauptsache, du läufst durch mich durch. Hab ihn. Hauptsache, er hat auch tausende Karotten. Lass mal hier hochgehen. Boah, jetzt... Wir outen uns auch noch als Hacker und Cheater. Achso, Hacker. Alter. Wir waren gerade nur dicke Verräter. Oh, warum liegt ein Holzstück? Wie geil! Hä, was ist da los? Falschgesagt. Wir haben jetzt vier Eisen, Kian. Hier ist noch eine Eisenhose für dich. Ja, gut, dann brauchen wir jetzt Sticks. Ja. Lass uns auf den Dumpfer da gehen. Ja. Ey, das ist noch eine Kiste. Also, wenn du Essen brauchst, sag Bescheid. Alter, noch mehr Eisenhosen! Ich sag, die Dinger, die Dinger gibt's wie Eisen im Erdkern. Loll. Loll. Ja. Alter, ich habe einfach mal vier Eisenhosen gefunden in der Runde. Da ist irgendwas falsch. Ja, das ist... In der Tat. In der Tat, in der Tat. Kian, auf der Seite des Bootes ist einer. Ja. Warum sind hier keine Kisten? Warum sind hier keine Kisten? Nee. Ah, nee. Kiste, Mist. Kiste, die Kiste. Kiste, die Kiste. Bei den Kisten ist sogar eine Kiste. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, der ist der Spann. Pass auf, der spittet ins Mike. Lass ihn mal niederspitten. Spittet ihn kaputt, Mann. Ja? Ich mach Hammer Action, ich komme. Hammer. Ich weiß nicht, wir können es ja, wir können es doch eigentlich schon mal ankündigen, oder? Das. Es wird demnächst eine Hammer Sache auf mich zukommen. Hammer ist die Sache auf jeden Fall. Äh, die Sache, die ich denke, die im wahrsten Sinne des Wortes Hammer ist. Aber so richtig Hammer. Die Sache, die ich noch nicht kenne. Ey, das ist geil. Das ist geil. So Hammer, dass die Leute einen Hammer nehmen wollen und auf ihren PC einschlagen. Ja, so nett war. Aus Freude. So was hat es nicht, Dian. Lass mal Sky klatschen. Wir können auch schon mal sagen, es hat nichts drin. Dian, hast du noch was besseres als Goldschuhe? Ja. Hatte der einen Sticks? Nein. Fahrrad zu tun. Das ist auf jeden Fall Hammer. Das reicht doch wohl. Hammer. Hammer. Wo ist er? Eisenhammer. Na, das kennt ihr ja. Was? Ja. Wo ist er denn jetzt? Sky ist weg, aber er ist hier lang gegangen. Sky? Komm wieder. Soll das hier lang gehen. Sky der Schlager. Also auf die Berge gehen, das sind auch mal ganz viele Kisten. Aber flüstert auch, sonst könnt ihr euch hören. Der hat grad sich gepfiffen. Ich. Wann musst du mal? Sky kann uns eh hören, der hat mich live haxt, man. Ich kann nicht pfeifen. Mir klingt das dann so. Der mit aufgepilzten Lippen. Weil ich finde es so ein bisschen, aber nicht so wirklich gut. Richtig gut finde ich es, wenn Leute das so mit zwei Fingern im Mund so richtig. Oh ja. Aber dann so Trommelfeld zerbersten. Ich hasse sowas, Alter. Ich hasse schlagen. Das entspricht dann eins zu eins diesem Begriff, jemanden zurück pfeifen. Ja? Ja. Ja. Mein Opa kann das. Aber ich kann das nicht. Ja, mein Kunstlehrer kann das auch. Hier oben ist so eine Kiste. Bleib dich dann immer zusammen, wenn du wieder Scheiße malst. Ja. Ja. Manuel, das ist schlecht, was du magst. Hier, da war schon einer, lass mal die richtig nennen. Ja, deswegen habe ich auch nur vier Punkte. Was? Ja. Oh Gott. Ja. Also entweder du bist untalentiert. Ne, ne, ich hätte es auch, aber. Oder blind auf beiden Augen. Ja, ne, der Lehrer ist so ein bisschen mädchenorientiert. Ach so, das ist jetzt die Scheiße. Hier müsste mal irgendwie einer kommen, den wir klatschen können. Wo bist du denn? Hättest du lieber einen schwulen Kunstlehrer? Oh ja. Sehr jung, ob es orientiert ist. Und sich nach dem Sport immer ne Umkleide belästigt. Weil der Kunstlehrer auch immer gleich Sport unterrichtet, ne? Aber passt schon gut zusammen. Ein Kunstlehrer, der auch Sport unterrichtet, ist offiziell die faunste Person, die es gibt. Ja, das ist aber so. Toll, Potion of Healing Kieren. Also natürlich gibt es auch... Eier klicken, Ende Eier klicken, Ende Eier klicken. Aber es gibt auch schon Illender Eier klicken. Von der Sorte, ach, was machen wir denn heute... Öööhh... Werft euch mal auf. Beispiel aus. Ja, wir haben so einen halb schwulen Sportlehrer. Der macht mit uns immer so jura Übungen zum aufwärmen. Da kommst du ja doch vorher auf deine Kosten durch. ja aber das blimmigste lehrer ist jetzt erst mal fett in elternzeit zwei monate funktioniert ja jetzt habe ich zwei monate keinen sport hat er hat den kit adoptiert ich glaube keine weiteren details es ist das beste ja lass uns lieber über ponys reden über andys fahrrad reden ja das ist mir so hammer ist kaputt ey andy hast schon gesehen wer mitspielt tnt crafter 99 ach so er kommt hier lass mal fisten aber andy konnte sich ja jetzt echt nicht verkneifen das gefühl es ist nicht gentleman like ein gentleman macht da gewesen ist vorher dieses niveau ja auch dabei für außerdem steht dann ja doom to fall bei so ich habe ja irgendwie keine probleme mit essen habe ich das schon mal festgestellt also ich habe immer noch als die haben frauen des dick alter ich habe zwei gelingen tränke was war das noch mal findet was peter letztens rausgehauen hat im live stream er hat auch etwas wir haben alle sofort eingestimmt eine gute frage in der mauer aber du erinnerst dich ne ja ich weiß dass er nicht so ich weiß nicht kann mich hier haben alle sofort eingestimmt so weiter gesungen er ist viele lieder ich habe das ich habe das gestern game star gelesen so ganz den sinne habe ich noch nicht gereifelt was denn was denn was denn eigenen suche was bringt das kann es geben und wenn ganz viele spiele als spiel einen gewissen tag geben dann wird das artitekt kann es ja zum beispiel hat sie es hier hat sie hier haben wir schaffen das wir schaffen das nicht renn weg renn weg an die turin für die nicht renn weg renn weg renn weg hat mich getötet das ist wieder richtige an die gift starb action so warte jetzt müssen wir uns doch das das match glaube ich angucken wird wohl nix mit füsten ja das war auf jeden Fall eine ziemlich witzige ich würde das das match das gucken wir uns doch an ne ich meine sky und sophie und adrian julian adrian julian adrian julian die können uns jetzt nicht entgehen lassen ja und 95 steht bei mir auch in der liste ja weil er zu guckt weil du das bist adrian julian alle außer uns ein diamantschwert hatten natürlich auch nicht verdient gehabt jetzt zu gewinnen weil wir hacker sind ja dicker lifehack wird jetzt alle im forum melden weil wir alles so hacker und cheater sind aber wir haben halt die eiserne hand hin pumpen das eiserne weizen aus dem boot mit mausen ja mal hart die beine trainiert ne davon schrumpft der bizeps nein davon schrumpft der bizeps mein freund bei mir nicht also aber ich trainiere momentan hartbeine das war kilian meine damen und herren so siehst du auch aus eigentlich genau so siehst du auch aus ja das ist halt wenn das fahrrad nicht mehr geht bei mir ist mein oberkörper nicht a-förmig wie bei dir diese v-förmig von niemandem ist der oberkörper a-förmig von dir bist du behindert? bist du behindert? bist du behindert a-förmig? von fetten menschen ist der oberkörper a-förmig nein man hat immer schultern ja aber wenn der bauch breiter ist als die schultern was tust du dann? bei mir ist der oberkörper eher umgekehrtes a-förmig nein bei dir ist der oberkörper i-förmig nein auch nicht mein freund so ne bohnenstange oder was et-förmig warte 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 wie soll das denn aussehen? ja hardcore mager halt also da Kian jetzt nicht mehr unter uns weit kann er auch kein wort zum sonntag abgeben ich weiß jetzt nicht ob das meine Folge ist oder Kians auf jeden Fall beende ich sie jetzt wer dann werte länger über achso ja also gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben stopp stopp tschüss Manuel ja und alle bei mir vorbeischauen genau alle bei ihm vorbeischauen und einen Löschschlauch rausholen vielleicht 20.000 Likes auf deinem Video nein nein es ist eine Banane zeigt er sich oben und dann seht ihr so oberkörper a-förmig also gönnt euch ein Abo oder mich zu sagen ja tschüss Dolm ich hab dich lieb Oh, ja. Tschüss, Andi. Tschüss, Dolm. Ich hab dich lieb. Tschüss, Mann. Tschüss, Andi. In dieser Love-Story, die besser als Twilight ist, beendet ich jetzt die Folge. Also, gönnt euch ein Abo. Oder lasst es bleiben. Bis zum nächsten Mal.